hallo und herzlich willkommen zurück zu mass horizon ging der zweiteiligen xxl folge letztes mal sind wir diesmal ein bisschen sparsamer hoffe ich ja aber es wird nichts nicht weniger spannend was machen wir draus wir schießen eine dinge zahl eine raumstation das versuchen wir jetzt mal es sollte eigentlich nichts passieren ja scheiß so laut aber das war knapp besser knapp bisschen leveln tut den dinge sind auch ganz gut aber wirklich das ist ein schwachsinn 49 und für was wir müssen da gar nicht hin da muss man zuverlässigkeit geht das ist nicht die beste aber es wird auch schlechter sein das gar nicht dann kommt er dann noch diese kapsel da wieder zurück müssen wir gucken ob die dann im all bleibt normalerweise ja seine saliot da willst du mich echt kranken alter decken mit cracken hier das geht gut fahren noch noch da sah wieder leute sagen du hast ja gecallt alter total jam ich brauche dieses zeug ich hoffe zumindest das ist fuck ja schon gut bleiben wir noch ein paar runden aber das ist schwer na klar es ist nur eine sorte ja es ist jetzt nicht irgendwie wir haben nichts schwer grafen und trifft und shit und zeug es ist anders es könnte eng werden wasser pappers so so prozent easy alter immer schön auch noch mal sicher da kommen was will jetzt kommt nichts fick dich 25 prozent kommt schon sein geld schwimmen oh scheiße also ja stimmt das ist eine wurst das ist echt schwer du kannst natürlich auch mal ist das quasi der loser weg für mich extra ein loser weg ja es geht ja nicht um raumschutz und das ist nicht schlecht ok Okay. Schau mal. Ja, yes. Ja, tippt die scheiß Knöpfe. Jawohl, auch den Knopf. Na, wirklich. Joke, ey. Weil du entfernt ist es echt nicht mehr. Es fehlt noch. Ja, 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 ja. Schauen wir einfach mal. Ist das ein absoluter Vollwitz? Raumstation ist einsatzbereit. War am erster. Abgezogen hier. 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 ich glaube mit leute können hier nicht mehr dienen viele phasen hast du pinner ja wir haben so viele gole es gibt plötzlich hier auch wieder was rein blitzforschung na gut so wieder was mit hitze zu tun aber schon wird es wirklich machen was ist das für eine raumsonde alter er stimmt dasselbe die binärer kacke hier da minus zuverlässigkeit wunderbar die kosmos ihre war gar nicht so scheiße okay Okay. Wo ist er hier? Das ist einfach mein... ...all in one, Alter. Ja. Versuchen wir es mal. Ja, was los ist. Fick dich, Mann. So, mit die Gaben, diese teile, ist so aus. So, die komische Blitzforschung, scheiße. Ah, das ist echt arm. Ich glaube, da nehme ich echt das gleiche wieder. Ja, sie hat sich mittlerweile echt bewährt. 92%. Anfänger. Aber gut, nichtsdestotrotz, halte ich mich dann doch ein bisschen an die... ...ne... ...Folgelegen. Kommt ja, Doppelfolge. Genau. Aber... ...ja, dann... ...nebensprechend war es das für diese Folge. Wir schauen, wie es weitergeht. Vor allem, wie hier... ...Zolkowski... ...Zolkowski. Okay. Dann geht's Richtung äußere Planeten. Da bin ich auch schon gespannt, was da so... ...los ist. Aber das erleben wir da beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, drückt ihr da noch um. Abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht sowieso schon habt. Und, äh, wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn ihr mögt. Hoffentlich. Ähm... Ja. Dann würde ich sagen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.